Ich weiß, dass du hier Unbehagen spüren kannst, Daren. Wie du durch einen Raum voller Weißer läufst, war das schmerzhafteste, was ich je gesehen habe. Entschuldigung. Wir gehen zu einem Vorstellungsgespräch. Gleich startet das Einstellungsseminar und da müssen wir dich unterbringen. Willkommen bei der American Society of Magical Negros. Ich verstehe nicht ganz. Ist einfacher, es zu zeigen. Was ist das gefährlichste Tier auf dem Planeten? Weiße Menschen, wenn sie sich unwohl fühlen. Wenn Weiße sich nicht wohlfühlen, hat das böse Folgen für uns. Deshalb bekämpfen wir Weißes Unbehagen jeden Tag. Denn je glücklicher Sie sind, desto sicherer sind wir. Der Name bräuchte ein kleines Update. Vielleicht Magical, Black People oder so. Hat natürlich nicht denselben Wunsch. Oh, wow. Dein erster Kunde ist ein Jason Mundt. Seine Stimmung ist echt im Keller. Hey. Hey. Schade, hatte gehofft, es gäbe einen Arbeitsplatz direkt neben ihm. Ist er hier besetzt? Nein. Ja, macht echt Spaß und ist seltsam und spannend. Als wäre man Geheimagent, nur ohne Gefahren. Hey, ich bin Lizzie. Freut mich. Ja, mich auch. Sie ist toll. Ja, sie ist cool. Machst du Witze? Komm schon, Mann. Sie ist schlau und witzig und... Ich weiß, warum du dauernd mit ihr redest. Du willst uns verkuppeln. Nein, 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 das hab ich nicht vor. Du kannst mit Lizzie keine Liebesbeziehung eingehen. Dann setzt du Jason nicht an erste Stelle, versag die Magie von allen. Ich hab immer geglaubt, ich müsste für das Wohlbefinden der Weißen sorgen. Eigentlich läuft das auch ganz gut. Aber so sollte es nicht sein. Ich hab einen super Plan, sie nach einem Date zu fahren, aber ich brauch deine Hilfe. Denkst du, du kannst dein Wunder bewirken? Hey, redet ihr zwei über mich? Hey. Mein Bug bist du nicht. But I've traveled a long way. I've traveled a long way. Ich bin gestorben. Jemand hat sich der Society widersetzt. Wer war das? Ich hab gesagt, lass die Finger von ihr. Wenn du dich bei ihr oder beim Klienten einmischst, werden deine Erinnerungen gelöscht. Dann erinnerst du dich nicht mal, dass es sie gab. Auch wenn wir uns vielleicht nie wiedersehen, sollst du wissen, dass das zwischen uns echt war. Ich wüsste zu gern, wie du dich aus dem Schlamassel rausholst. Ich sah die O niewerteid der surelysten Handeln. Ich gab einen Auftrag von Warchung. Ich habe einen Freig, die ich auf dem Schlamassel rausholst.